Wie lange braucht sie sie denn noch? Das ist so unangenehm. Kontenance, Nene. Bleib ruhig. Tante Ludovica, ich freue mich sehr, dich wiederzusehen. Darf ich dir Nene vorstellen? Du kannst dich bestimmt an sie erinnern. Ich bin so glücklich, Franz. Verzeih, ich muss mich verlaufen haben. Sissi, wie schön, dass du uns gefunden hast. Sissi, wie schön, dass du dich bist. 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 Vielen Dank.